Hallo ihr Lieben! Und schon wieder. Hallo ihr Lieben und das sind wir wieder bei der weiteren Folge Die Solatte! Wir wollten es gerade aufgeben. Ich habe Helia gesagt, komm lass uns das Spiel ausmachen. Lass uns das Spiel deinstallieren. Wir kommen hier eh nicht mehr weiter. Und so weiter und so fort. Und da ist ihr was eingefallen, der guten Helia. Helia? Ich habe durch die Tür geguckt und wir sind wieder gespawnt. Gott sei Dank. Wir wissen nicht, wo die dritte Packung ist. Keine Ahnung. Wir sind auch außerhalb des Krankenhauses rumgelaufen. Und ich glaube dadurch sind die dann wieder gespawnt. Die Dinger hier. Und das heißt Wir haben alle Leute. Nur weil sie wieder gespawnt sind. Wir hätten die Packung niemals gefunden. Und ich würde sagen, lass uns schnell hier raus. Ja, ich bitte drum. Lass uns Fleischeslust unterwegs noch holen und so. Ja. Apropos Fleischeslust. Ich muss mal kurz mir noch was reinpfeffern. Also Leute. Wie gesagt. Wir haben das Krankenhaus glaube ich zweimal noch von oben und bis unten durchgesucht. Draußen durchgesucht. Waren kurz am Lagerfeuer draußen. Wir wissen nicht, wo die dritte Packung ist. Katastrophe. Also solltet ihr so ein Problem auch haben, rennt eine Runde rum und dann hoffentlich spawnen die Dinger wieder. So, ähm, Rohrpost. Sehe ich gerade nichts auf meiner Karte. Na, dann gehen wir einfach zurück zu Nagaoase. Und da haben wir Boss. Wo ist die denn? So, dann, ähm, eine Runde rum. Oh mein Gott. Suche. Dann ab, nach Hause. Ey, das Krankenhaus. Nee, nie wieder Krankenhaus. Nee. Lass uns abhauen hier. Es reicht. Tu dir gut. Ich hab genießt. Das hat sich komisch angehört. Ah, da war ich ein bisschen zu langsam. Da, Fleisch. Ja, aber die, äh, Fleischeslust, rennt weg. Nicht getroffen. Ich hab das andere fehlgenommen. Ich auch. Also, ich meine, ich hab's hingekriegt. Vielleicht bei uns. Karotte. Oh, das ruckelt weiterhin, ihr Lieben, bei mir. Wieso auch immer. Liegt am Horst. Wie immer. Ne? So, Krankheit. Warte, Kalli. Ja, hier, am Baum. Was? Ich hab'n Baum erobert. Müsst du mal kurz, oder wie? Ah, da leuchtet's. Interessant. Hallo. Hi. Oh, hallo. Das hat ganz schön viele Dinger gekostet. Ruhig, Brauner. Ja, ich bin mal die Erste, die hier ran darf. Ich bin schwer. Ich muss sagen, uncool. Ähm, kann ich denn irgendwas... Ich hab'n Holzluftschiff. Brauchen wir das hier irgendwas? Ich hab' keine Ahnung. Vielleicht später denn? Also, noch behalten. Ich schnapp' mir das, Hündchen. Äh, ich bin gar nicht bei dir. Ich weiß. So, schaffst du das schon? Ja. Mein Knüppel macht ordentlich Schaden. Du bist aber weit weg gerannt. Ja, aber läufst du nicht irgendwie ein bisschen feitsch lang? Ja, aber wenn hier der Hund ist, soll ich dir mal sagen, los, komm. Hat er gerade geschlagen? Ja. Oder ist er ausgerufen? Ja. Oder ist er ausgerufen? Ja, sie ist so wunderschön. So wunderschön, ich will sie haben. Ich will sie behalten. Guck mal, weder Tomaten. Komm, schnapp sie dir. Ja. Ich mag, wenn's wild ist. Wies, ich teile wenigstens. Du bist so nett. Ich teile mit dir das Lagerfeuer da vorne. Ja, ich hab's gemerkt. Ruckel. Hör auf jetzt rauszufliegen. Will ich nicht, hab ich nicht vorgehabt. Was, warum, warum, warum meinst du? Die haben schon keine Chance mehr. Äh, Reutertee machen wir einmal. Mal gucken. Einfaches Fleischbraten, ja. Können wir eigentlich? Nein. Oh. Oh, ich bin... Oh, oh nein. Was lohnt? Ja? Ich hätte einfach nur normales Fleisch brauchen müssen. Äh. Verkackt. Ja. Richtig verkackt. Ich glaub ich auch. Egal. Gut. Dann frohen Mutes. Ups. Hä? Was war das? Ähm, auseinandernehmen. Das wär der dritte, wa? Gut, wenn ich das nehme, ich mit. Wir haben Ideen, weil wir ja haben hier. Aber wir brauchen... Das ist der Haus. Und Schokolade. Toll. Oh, ein Schiffchen. Auch ein Luftflugzeug. Holz. Ja, oberstes Holz. Ich dachte gerade... Brauchen wir das? Ich hab keine Ahnung, als Eins hab ich schon mal. Alles auseinandernehmen. Los, komm. Ich glaub, wir müssen dann hier hoch. Ja. Komm, nehmen wir mal die Bähne in die Hand. Gucken, was uns... ...die gut so zu sagen hat. Oh, Ruckel. Juhu, ihr habt, äh, fast ne Stunde da ran. Nein, noch länger. Eineinhalb Stunden dafür gebraucht, Medizin zu finden, ihr Trottels. Boah. Sowas in der Art. Hallo. Der klimpert immer noch auf seiner Gitarre. Guten Tag. Bitteschön. Jetzt lass es quatschen. Wow. Mhm. War so rührend. Mhm. Es war so... War klar. Ich hab' listening. Mhm. Is there no other way to get this moss? There was, but it's no longer an option. Global society is worried that this will exacerbate our current situation. We must satisfy this need. We're gonna find these spores. In Sector D5. There's a scientist field camp in the sector. The species of mushroom was once studied and processed there. We'll look for your delivery. Over and out. Oh, and out. Haustu! So, ich kann mich levelen. So, ich kann mich levelen. Können wir jetzt die Workbench unten reparieren? Warte, kann ich dies jetzt auch vollbringen? Ja, kann ich. Was haben wir denn hier? Rabatt beim Kauf von Gegenständen. Hm, nice. Der Verlust der Halbarkarte von... ...gegenständen wird. Naja. Wir können jetzt doppelt so lange atmen. Oh. Gott, beschwinde. Das ist alles so scheiße irgendwie. Wieso? Ich mach mal die Luft. Luft ist gut. Ich geh mal nach unten. Mach mal die Medizin, Dings da. Jetzt hat er es genommen. Hier, Elia. Medizin? Ja. Station. Dann bin ich auf einmal jetzt schon wieder so voll. Kochen, Dings. Hier. Medizinstation. Oh. Oh. Ja, irgendwas ist erschienen gerade bei mir. Wird ja immer schicker. Irgendwann sind wir hier richtige krasse Ärzte. Ich sag's dir. Ja. Dann machen wir mal... Gehen wir mal in Gänse-Schritt zum Micha. Wieso denn zum Micha? Huch. Wieder Lenk. Ich muss was verkaufen. Ich muss hier was reinschmeißen. Titte und titte und titte und... Micha. Titt raus, Titt raus, Titt raus. Wir haben aber noch keine feste Haut gefunden, ne? Da... Nee. Verkaufen. Äh. Das bitte einmal verkaufen, was das ist, hab ich kannten. Ja komm. Verkauf. Brot. Nachhaltbarkeit sortieren. Hm. Verkaufen. Ich verkauf jetzt einfach alles. Warum? Halbwegs alles. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Ähm... Brot. Ich habe Brot. Weißt du Bescheid? Ich habe Brot. Mal kurz... Lagerfeuer. Ach, hier kann man ja auch hin. Nein. Nein, nein. Ich wollte essen. Hm. Hier fehlt mir... Schön Wasser hier machen. Ja, welches Vieh droppt denn so eine feste Haut? Gut. Ich habe keine Ahnung, vielleicht begegnen wir das Vieh ja noch. Ja, ich müsste für den Biologen ein paar Quests machen. Äh... Oh! Ich leider nicht... Ich habe die Workbench repariert. Alte Werkbank im Krankenhaus. Guckt mal, ich habe die verbessert. Ich habe die andere verbessert. Schade. Wie sieht er jetzt stark aus? Was kann man jetzt hier machen? Haha. Was ist das? Ein Leuchter? Ja. Warte mal, das müsste ich ja noch... Ey. Telefon. Hier drin haben. Telefon. Was? Facken könnte ich machen, aber da hast du ja diese Knüppel. Okay. Das haben wir nicht. Mach mal den Leuchter. Was soll jetzt auch immer bezweckt? Ich nicht. Zwei. Uh, der verbrennt vielleicht. Das könnte ja sein. Was denn? Was sollte er verbringen? Ich habe jetzt den Hammer, den Leuchter gemacht. Warze Markierung. Giftflächen. Das haben wir leider auch nicht. Also dazu brauchen wir das. Ähm. Zwei... Oha, da 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 da... Da. Und dann... Da... War das nicht das? Dass? Das? Und das? Und, das... Ich weiß gar nicht, warums deutsche Radio, aber ich mache es einfach mal. Alle quatschen hier irgendwas anderes. Ah, siehste. Oh, ich... Ich habe nicht gelacht. Die ich nicht dabei habe. Schön. So, dann kann das wieder raus. Dann kann das wieder raus. Habe ich noch was reingepackt? Das habe ich reingepackt. Das kann noch was. Ja. Ich habe fertig. Die Waffen habe ich eigentlich hier. Ist ja... Ja, naja, wenn ich die alle geben musste anfangs. Weil das nicht abgespeichert hat. Nee, allgemein auch in meiner Tasche drin. Ich glaube, ich bin mit dem Peststock sehr zufrieden. Hm. Kaufel packe ich auch mal weg. So, wir können gleich... Micha! Michael... Komm, diesen wunderschönen aussehenden Knüppel packen wir da hin. Macaroni mit Fleisch. Striche, Abendessen haben wir schon. Akten. Duftschiff brauchen wir gar nicht. Ne? Hab ich kaputt gemacht. Ups. Och, Micha, ey. Verkauf doch mal besseres Zeug. Ja, oder? Bisschen... Hm. Wir müssen viel mehr finden. Ich habe eigentlich nur Nahrung hier drin. Ja, ne? Waffen, Pillen zum Beispiel und Essen und Trinken. Ja, kann man nicht schleppen. Außer man macht sich die Dings. Wir müssen ganz dringend Ja. diese festere Haut holen. Ja, welches Vieh hat denn das getroppt? Ich weiß nicht, was für ein Vieh das getroppt hat. Ich weiß es nicht, ich habe ja alles eingesammelt. Ich habe bis jetzt keine festere Haut gesehen. Ich habe eine. Echt? Keine Ahnung von was für einem Vieh. Vielleicht von diesem... Vielleicht von so einem Zombie oder so. Oder von diesem Nakidae-Fieh. Das ganz schön aua macht. Sollte mich dann irgendwann mal ausprobieren. Ja, das Vieh mal suchen. Gucken, ob es... Wo waren das Vieh eigentlich des Öfteren? Aha. Zu vermeiden. Ich glaube, mehr kann ich nicht schleppen sonst. Bin ich langsam? Hallo. Oh, es wird immer weniger hier an Aufgaben. Sehr schön. Weiter haben wir das Spiel durch. Hedia. Glaubst du, wir haben ja noch den Biologen unten. Nur für euch. Bruno mit der Gitarre. Und noch ein bisschen Wasser. Ja. Machen wir das mit den Pilzen dann als nächstes? Das mit den Pilzen als nächstes, ja. Machen wir das mit den Pilzen als nächstes, ja. Ja, was ich jetzt alles gesammelt habe, habe ich auch alles so auseinandergenommen. Weil ich merke mir doch nicht, was jetzt so... Wir brauchen als nächstes ein Radioapparat. Den dann bitte nicht zerstören, weil wir den fürs private Zimmer für den Ofen brauchen. Ich glaube, das wird extra da reingeklatscht. Da ist es nicht mal dein Inventar. Wenn du es gesammelt hast, ist es ja aus deinem Inventar raus und schon da gespeichert. Das ist... wow. Ich würde dich gerne hauen. Nein, lass das. Komm schon. Wir müssen da hinten... Ist das ein Krankenhaus wieder hin? Passt, ne? Äh, nicht ganz. Nee, nee. Es liegt daneben. Das würde daneben liegen. Aber... Nee, Pilze suchen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Voll Gras. Voll hammerhart. Ah. Erstmal nur überlegt. Hast du dir schon einen verbesserten Rucksack gemacht, Junuk? Nein, ich habe doch keine feste Haut. Es sah gerade so aus. Ich habe leider keine... Warte mal. Warte, 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 warte. Was ist denn jetzt so los? Ich kann mir den verbesserten Werkkasten machen, glaube ich. Ja, und was haben wir davon? Dadurch können wir den verbesserten... hier, verbesserten Rucksack machen. Äh... Oder habe ich die ganzen Probe verkauft? Ja, aber dazu brauchst du ja, äh, feste Haut. Du brauchst dieses Basiswerkzeug, so oder so? Musst du erstmal so ein Basis... Nein, nicht Basiswerkzeug. Du brauchst für dieses Dings, brauchst du dieses verbesserte Werkzeug. Das brauchst du. Ach so. Aber dann brauchst du trotzdem noch feste Haut. Ja, trotzdem kann man sich doch das Ding schon mal machen. Äh, habe ich. Hast du? Äh, nee, nicht den verbesserten. Den normalen. Jetzt war das gerade rüberziehen. Also doch hier irgendwo ein Bohrer. Habe ich ihn jetzt schon wieder verkauft, den Bohrer? Ich habe ihn verkauft. Du brauchst nur Basiswerkzeug, um den verbesserten Rucksack zu machen. Nicht den Rucksack. Werkzeug. Den Kasten. Den Kasten willst du machen? Ja, den brauchst du, um, äh, den verbesserten Rucksack zu machen zu können. Nein. Doch. Nein. Wenn du auf verbesserten Rucksack, äh, gehst, dann steht da nur Basiswerkzeug. Die grüne Kiste. Da brauchst du jetzt nicht verbessertes Zeugs. Was habe ich denn gesehen, wo ich besser verbesserten Rucksack brauche? Äh, Basiswerkzeug. Und sonst brauchst du nur zweimal Pudi mehr Gewebe. Ach, okay, habe ich verwechselt. Das ist doch. Haha. Das ist ja gut, ey. Stahl ist in Ordnung. Das schneide ich raus. Was? Was? Das lässt du schön drin, eine Bohrmaschine? Ich glaube, ich auseinandergepriemelt. Ich auch. Danke dafür, dass wir das jetzt wissen, dass wir das auseinanderpriemeln können. Jetzt werden wir nämlich alles auseinanderpubeln. Und dann haben wir immer eine Arschkarte, weil wir das brauchen. Genau. Weil wir es jetzt kennen und uns leichter machen können. Alles wird kaputt gemacht. Und umgewandelt. Und Hedea ist schuld. Warum bin ich denn jetzt schon wieder schuld? Weiß ich nicht, weil du gerade da bist und du musst schon zählen. Hast du gerade das Radio angemacht? Nein. Gut, ihr Lieben. Dein bedanken wir uns fürs Zusehen, würde ich sagen. Und du, der hat jetzt gerade gemacht. Hat sich ja komisch angehört. Was denn? Du siehst komisch aus. Alter, guck dich mal an, ja. Ich habe krass Mühe. Alter, schnell Licht aus. Hört das Licht an? Okay, Leute, bis zur nächsten Folge. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.